Mein Felsstecher. Jawohl, Staatenführer. Das ist sie also, diese Brücke. Jawohl, das ist die Brücke. 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 Mark von Felsen, Kommandeur 238, das Gebirgsjährige Regiment. Mein Regiment sichert die Brücke und ihre Zufahrtswilge. Dr. Hoffmann, Reichssicherheitshauptamt, im Sonderauftrag beim Oberkommando Südost. Tag, Herr von Felsen. Sie kennen meine Vollmachten? Ich habe entsprechende Befehle des Oberkommandos erhalten. Diese Befehle hat der Feldmarschall persönlich erteilt. Ich bleibe hier bis zum Eintreffen unserer Truppen. Es ist mir bekannt. Ich habe das Haus da drüben für Sie räumen lassen. Danke. Herr von Felsen, wie ist denn die Lage in Ihrem Frontabschnitt? Haben Sie von der Partisanentätigkeit schon etwas gemerkt? Nun, Sie werden sich ja informieren können. Sie sehen daraus, welche außerordentliche politische Bedeutung wir dieser Brücke und Ihrem Schutz beimessen. Ich kenne die militärische Bedeutung der Brücke. Gewiss. Und Politik interessiert Sie die nicht, Herr von Felsen? Ich bin Soldat, Herr Dr. Hoffmann. Aber wie kommt es dann, dass dieser Mann als Posten nicht den Helm trägt? Es kommt jetzt auf äußerste Disziplin an. Und Sie werden mir zustimmen, Herr Oberst. Es gehört nicht viel dazu, in diesem Gebirge ums Leben zu kommen. Welchen Dienstgrad hatten Sie zu Kriegsbeginn, wenn ich fragen darf? Oberst. Einen Stein. Jawohl. Bitte. Ist das Gelände um alle Pfeiler vermint? Selbstverständlich. Ich war bei Kriegsbeginn noch Sturmführer. Der SS versteht sich. Nun, als Mann hat man im Krieg eben Chancen, seine Qualitäten zu nützen. Ja, wenn man lange genug am Leben bleibt. Nun, Sie leben doch, Oberst. Ich bin viermal verwundert worden. Ich bin viermal von Felsen. Drei Mal. Beim vierten Mal wurden Sie nur verschüttet und sind mit einem Schock davon gekommen. Ich bin viermal von Felsen. Ich bin viermal von Felsen. Probealarm beendet. Jeder Bunker hat eine Alarmeinrichtung und Telefonverbindung. Bitte. Bitte, Standartenführer. Schmidt, mein Wagen. Jawohl, Standartenführer, Wagen. Sie bleiben mit mir in ständiger Verbindung. Ohne meine ausdrückliche Zustimmung unternehmen Sie bitte nichts. Herr. Herr Oberst, Standartenführer, wenn Sie mich nicht wie fähig halten, mein Kommando... Wenn Sie meinen, ich könne nicht selbstständig entscheiden, dann... Herr Oberst, um diese Brücke wird nicht so gekämpft werden, wie man es auf den Kriegsschulen der Wehrmacht lehrt. Diese Brücke wird nicht von regulären Truppen angegriffen werden, sondern von Partisanen, verstehen Sie? Und die überlassen Sie lieber mir. Das ist mein Fachgebiet. Herr Hitler. 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 Ich bin auf dem Platz. Ja, ich bin auf dem Pukolnič. Nein, ich bin auf dem Tigar. Der Koti 612 ist die einzige kommunikation für 200 Kilometer. Wenn sie die deutschen Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln, ist es natürlich die deutschen Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köl Ich glaube nicht, dass die Deutschen unsere Variante werden. Genau, Majore. Sie sind gut überwunden. Und Sie denken, dass sie in der Luft gehen werden? Ich glaube, Majore. Sie glauben nicht mehr über die Diversität, als der Flugzeug aus dem Flugzeug. Wir haben versucht, es zu sehen, wo der Flugzeug liegt. Die Flugzeugen können nichts mehr überwunden. Wie ist das Flugzeug? Das Flugzeug. Der Flucht ist auf dem Flugzeug und kontrolliert. Wie soll ich das Flugzeug aus dem Flugzeug? Das ist dein Weg. Das ist ein Geschäft. Das ist genau 7 Tage. Was heißt? 7 Tage? Ich kann mich nicht mehr über die Flugzeug aus dem Flugzeug. Die Deutschen Deutschen werden vor den Flugzeug aus 7 Tagen. Es ist es, um 8 Uhr. Der Mond muss man sich genauer, um das Zeit. Nein, bevor und später. Es ist nicht möglich. Kroch seitens dana, um 8 Uhr, wir gehen wir in den Abad. Wenn wir uns nicht verletzt, sind wir uns wieder zurück. Alle, bis zum zweiten Mann. Wie viele, wie viele? 5000, Majore. 5000, Majore, Tiger. Uredu. Eksploziv? Gde da ga nađem? Biste mi potrebna puna dva kamiona. Mnogo manje ako budeš znao slavu tačku mosta. A vi ćete to znati, pošto imate stručnog savetnika. A ko je to? Inženjer koji je projektao ovo most. A gde on? U neprijateljskoj pozadini. Švercer će te odvesti do njega. Uredu. Sljedeći. Bićeš zadovoljan. Za Vatoni. Konačno jedna dobra veste. Dalje. O radio vezi i o šifri će mu se dogovoriti. To je sve. Srećno, Majore. I nemojte da žurite da precrtate most na vašoj mapi. Ja sam to već učinio. Sjajan potez, Majore. Srećno. 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 Kako je bilo pratioci? Pojađu tando? Ne. Ja lično. Nadam se da si birao po mom ukosu. Ich werde es sehen. Du kannst mich nicht kennenlernen. Ich habe es nicht gesehen. Geh ruhig. Du bist der 2. Major. Sie sind der 1. Major. Ihr könnt ihr alle nötige. Keine Frage. Entsache ich. Was hast du? Knochen. Du? Das Knapp, der Major. Du? Das Knapp, der Major. Das Knapp, der Major. A gde ti je? Nemam ga. Za vas dvojicu ćemo lako. Za pištolj? Daj mu svoj pištolj. Dobit će ga u magazinu. Nemamo vremena. Uzmi ga ti odamde. Daj. Šta ti pada na pamet? Oduzmi ti mu pištolj. Šta je? Šta čekate? Nedozvojava. Nisam rekao da molite nego da oduzmete pištolj. Na svoje mjesto. Na svoje mjesto! Držite ga! Kako se zoveš? Tihi. Tihi ide sa mnom, a odvojicu zadrži za sebe. Izvinjavam se, momci, ali moje se neređenje izvršavaju bez razmišljanja. Zdravo. Necvam jesto srečom. Necvam jesto srečom. Nisam reček. Necvam. Sie mich ständig auf dem Laufenden. Ende. Noch sechs Tage Schmidt. Dann passieren unsere Truppen die Brücke. Noch sechs Tage Schmidt. Schau mal her. An was erinnern dich diese Bögen? Na an was? Sag schon. Warum grünst du? An einen Arsch. An ein Gesäß, Herr Doktor. Schmidt, Schmidt, du bist und bleibst ein Schwein. Ein Rüpel ohne Fantasie. Jawohl. An eine Schlinge erinnern sie. Aber so weit reicht deine Fantasie nicht, was? Eine Schlinge. Das ist ein gutes Zeichen. Bald werden wir einem diese Schlinge um den Hals legen. Sehr bald. Aber wem, Schmidt? Wem? Komm her. Zieh einen. Mal sehen, ob du wenigstens Glück hast. Das ist er. Falsch. Den haben wir schon vor zwei Monaten geschnappt. Los, zieh noch mal. Das ist wieder der Falsche. Das ist doch einer von uns. Von uns? Zeig her. Wieso kommst du darauf, dass das einer von uns ist? Er ist doch Italiener. Heilige Einfalt. Für ihn sind die Italiener immer noch welche von uns. Schmidt, Schmidt, du lernst es nie. Weißt du, wer dieser Mann ist? Italiener ist er, das stimmt. Feldwebel der italienischen Armee war er. Wegen Schlägerei und Glücksspiel vom Militärgericht verurteilt. Gleich zu Beginn des Krieges lief er zum Feind über. Fachmann für Sprengstoffe. Als Partisan wird er der Sarde genannt. Sein wirklicher Name ist Giuseppe Savatoni. Savatoni. Brav, bambino. Oh, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento da morir. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se io moio da partigiano, tu mi devi seppellir. Mi seppellirai la sua montagna, mi seppellirai la sua montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, mi seppellirai la sua montagna, sotto l'ombra di un bel fiore. Vai ora. E voi. Ciao, Tony. Occhede? Tiger, amico mio. Amico mio, amico mio, ma ti si još uvijek živ, pa to je divno. Pabino, vien kva doć da vidiš nešto, znaš li ko je ovo, ha? Tiger, najveći diverzant su tuto il mondo. Mi izgleda baš strašno. Ma ti znaš šta je strašno, dove je la botiglia? Nema. Ma kome nema. Ma kome, ma kome nema, sve si popio. Aha, ima, ima, da mi botiga, ha? Ma nađa. Moj najbolji pomoćnik. Hrabarji vješt, bit će to dobar diverzant. A ti, reci nešto, zašto on ništa ne govori, ha? Que nova, que nova? Pa ne možno tebe doći do riječi. E, kad te zviš, nemo. Hajde, spremi nešto za jesti. I se ja tvoj kuvar. Ajde, ajde. Salute. Amico, izvoli. Ne pijem. Sjećaš se, Amico, kad smo nas dva skupo radili, ha? Madonna mia, que vejo tempi. A od onda ništa. Dva voza, jedan magazinu i altre koze danjente. Nema više pravi vatromet, eh? Varaš se, Celatoni. Došao sam da te vodim na pravi vatromet. Ma ko? Opet ćemo skupo. Pa to je divno, Amico. Kaži šta, kaži šta. Most. Most. Belissimo što volim mostove. To nije običan most. Ma magnifiko što volim neobične mostove. Ručak. Može li Bambino s nama? Ti odluči. Bambino. Povešću te na njeno lijepo festu ako budeš domar. Kaži hvala ako pođem. Bez mene bi ti propao. A Miho, jedeš? Ako ima. Poznaj švecara? Bambino ga pozna. Od njega dobije podatke i hran. Odveš ćeš nas kod njega. Može. A on? Šta on radi? Sve što zatreba. A znali da se naš mi je. Amiko, daj mi nož. Porkom se. Može. 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 od njega. Može. 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 od izgradnji. Može. 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 Poznam. Ježiš. Ježiš. Nein. Selbstverständlich, bleiben Sie für später. Keine versuchen nichts zu versuchen. Es wird besser für Sie. Gestebe. Otvorite. Gestebe. Was ist das? Was ihr wollt? Ihr seid ihr von diesem Ort? Ja, ich bin. Der Führer, Herr Hoffmann, möchte ich euch sehen. Ich weiß nicht, Herr. Der Führer, Herr. Ich weiß nicht, Herr. Entschuldigen Sie sich. Können Sie bitte einen Kuchen? Wer wird es besser? Russisch. Ich versuche mich, dass ich mich. Ich bin schnell. Ah, ah, ah. 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 Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ja. Ja. Wie haben Sie das? Drei. 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 Ich habe fünf. Das bedeutet, dass Sie das besser als ich. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Wir werden nicht so leicht verleten. Was haben Sie gesagt? Wie ist das? Ich sage das. Das ist schön. Das ist schön. Das ist immer alles. Ich habe das nicht so leicht verleten. Majore. Stau. Da ist es gut, dass Ihr Ziel da der Verlust des Bord? Mane, du sollst mir meine Wahrheit sagen. Sie wollen sie das verletzen. Was ich da? Wir haben sie verletzt, wir werden sie verletzen. Das ist mein Motor. Entste? Wer hat mir das Recht verletzt? Das ist ein Ratsch, Ingenieur. Entschuldigung! 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 Von Ihrem Motor gibt es 5.000 Menschen. Wenn wir ihn nicht verletzten, werden wir 5.000 Menschen verletzten. Entste? Ich verstehe nicht. Ich werde ihn nicht verletzten. Entschuldigung! 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 Ich werde ihn, dass sie nicht verletzten. Ich will ihn nicht verletzten. Ich werde ihn nicht verletzten. Ich habe ihn nicht verletzten. Untertitelung. BR 2018 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 Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Aiuto! 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 Tolle! Dorci! 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 Grazie, amico! Dorci! Ich bin ich nicht. Wo ist der Ingenieur? Nein, mit dir zu sein. Was habe ich gemacht? Ich habe mir gedacht, dass ich es mit dir war. Ich habe mich nicht mit dir gedacht. Ich habe mich nicht mit dir gefangen. Ich bin nicht mit dir. 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 Wir wollen noch eine Schöpfung durch die Venecija? Ich werde dir die Schöpfung wieder zurück. Das ist eine Schöpfung. Was ich bin mit dir? Ich mache meine Schöpfung. Ich mache dir die Schöpfung. Das ist ein Schöpfung. Ich mache die Schöpfung. Ich mache meine Schöpfung. Ich mache mich nicht mit. Ich mache die Schöpfung. Hey! Hey! Oh, vamos! Hold up! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hey, hey! Untertitelung des ZDF, 2020 Zeratoni! Untertitelung des ZDF, 2020 Zeratoni! 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 Das ist der Kuchus. Das ist der Kuchus. Das ist das Jahr, der Kuchus ist gut. Okay. Jetzt hören wir, was ihr der Kuchus ist. Das sind die Leute, Reneke. Das ist die Frage. Die Leute sprechen über sie. Die Leute sprechen über sie. Sie sprechen über sie. Ihr, schönes Menschen. Meine Damen und Herren, ich möchte ein bisschen sprechen mit dir. Und jetzt, die Hände hoch. So. Ich werde dir jetzt meine Werte aus Hiromantije zeigen. Da sehen wir, Herr, was sie sagen, ihre Dlamen. Schauen Sie diese Räneke, diese Räneke, diese Räneke. Das ist ein altes Räneke und eine große Lutalische. Sie hat sogar sogar in Spanien. Was haben Sie da gemacht? Sie haben Sie kukuruz? A ova linie Rajneke Velika dijela kratak život Proliče nam, gospodine, da će vaš most nadživjeti svoga graditelja Vi spustite ruku Ženska je duša, za mene uvijek bila tajena A sad Jedna dobra duša Drug Mrki Ne brinite, majore, nisam pogriješio On se zaista zove Mrki To je tako se barzvao dok je bio vođa pokreta otpora u ovom kraju A znate li šta je uradila ta dobra duša? Tanke Rajneke Dakle, drug Mrki je dobio naređenje da likvidira svog prijatelja zbog izdaje Ali on to nije učinio On ga je pustio da pobjegne Nesraća je bila u tome šta je te čovjek zaista bio naš pil Jesmo li završili? A ja? Ah, na gospodina Petrovića sam zaboravio Skuzate Na gospodina Džuzepe Petrovića Kad znate sve, zašto mučite tog čoveka tamo? Tako, ne volim da mi ljudi sjede besposljeni Skoro sam zaboravio Kakav je bio vaš plan za rušenje mosta? Istovremeno miniranje stubova nosača? Hmm, pogrešno Teren oko stubova načičkan je nagazni minama Šta biste dakle uradili, majore? Ne moram više da razbijam glavo oko toga Kakva sreća Vidjet ćemo se u zoru, gospodom Neka im donesu večer iz oficijske kantine Ja častim Ništa nisam rekao Uzalut, sve znaju Otkud mogu da znaju? A možda taj kapitalno iznadat će i taj zlaga Ja sam na Sardenji poznavo starca Dosta za vatoni Neko nas je izdao, to je sigurno On Ona se je odveo u zasjedu On je tih i on je Zašto nam to nesi ranije rekao? Hteo sam da ga sačuva Sebe si ti čuvao Zbog čega? Ja sam postupio ispravno Kad sam dozor da je pustio izdajicu Prijavio sam ga štabu Morao sam da ga prijavim Nisi morao da dodaješ Rekao si da ja radim za Njemca Ja si I sad radi za nje Što sam? Da je čovjek izdajica ne bi bio ovde A ti? Šta ti radiš ovdje? Htio si da pobjegniš, ha? Evo sad možeš! Idi kod njih šta čekaš? Da, Anton! Da vidim, kak me najmit sletče Poderiti imeni Rozbnem Lėkš čujem! Glăr abstehn Brartu! Schau! Will jemand erhielt? Erhielt erhielt seine Gubic. Erhielt erhielt den Feuer! Läht euch um! Läht an! Buona fortuna, Zavattoni. Majora, obaväštajat, soma stavlja se na raspolaganje. Čestite! Odlično ste se držali. Kako je ošao? Ja mi je dobro slišao. Maj, niv! Niv, niv, o, pa zase! Kupi oružje! 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 Jeli! Rezi ti meni, zaš sam ja dobio nolike batine? Greška, Šverceru, ali ne moja. U štavu je neko posumnjao u tvoju odanos, pa sam morao da te provjerim. Kupi oružje! Ha 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 ha! Bila si ti Nemac? Ne, majka mi je Njemce. Tako sam stekao njihovo povjerenje. Daleko si dogurao? Više bi volio da sam radio tvoj posao. Isti, Čavo. Wer hat mich gelegt? Du? Nein. Hoffmann. Ich habe mich noch aus dem Ingenieur gelegt. Ich bin froh mit mir. Nein. Ist das Sova? Niemals? Nein, es ist nicht unser. Wie kann es sein? Es ist unser. Er ist ein Arzt. Ich verstehe. Ich verstehe nichts. Ich verstehe. Es wäre bestimmt nicht so ein Arzt. Niemals Anschlag was längst ein Arzt. Es ist freundlich. Es hat sich keinen Lass. Es war es für mich. Wir haben die Gelegenheit. Es ist bewusst. Tine. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Brauchen Sie sich Hilfe, Obersturmführer. Danke, nicht nötig. Es ist nur ein kleiner Defekt. Fahren Sie ruhig weiter. Untertitelung. BR 2018 Das ist schön. Es ist so. Es ist nicht so. Es ist so. Es ist so. Es ist so. Es ist viel besser. Mit Untertitel mit Kanion. Und wann du den letzten Mal gesehen hast, den Ingenierer? Der letzten Mal gesehen, wenn er den Barsch auf dem Weg ist. Und da haben Sie noch nicht gelesen. Es gibt eine Wahrheit, Wenn der Schauspieler aufbricht, wird er nicht mehr zurückgekehrt, wenn der Schauspieler sich nicht mehr zurückgekehrt. Wenn der Schauspieler aufbricht, Batsch to! I to! Okreni se. Polako. Polako. Mani! Schütnico. E, Daliloja! Više vas je nego što sam očekivao. Bolje nego da nas je manje. Rade kao sad. Hvala ti, Danilo. Šta je? Zar ste nećeš javiti štaba? Javit ću se u zakazano vreme. Kada? Sutra u i tru tri. Ima vremena. Hajde. Inženjeru, dođite. Treba da razgovaramo. Neka, već smo uzeli. Svetra u i tru tri. 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 Onda se nadam da ćete nam pomoći. Most možete da srušite i bez moje pomoći. U tom slučaju ne bi vas vodili sa sobom. Uspesite li i bez mene, Majore. Siguran se. Nećemo. Imamo malo vremena i malo eksploziva. Treba da ga postavimo tamo gde je most najosjetljiviji. Na to mesto samo vi znate. Reći treba. Gde da postavimo eksploziva? Postavite ga gde god hoćete. To je vaš posao. Ali vas morim. Ne zahtevajte od mene da u tome učestvujem. Samo čas. Kažite nam samo gde je to mjesto. Ne morate s nama ako se bojite. Pogrešno ste me razumeli. Sutra uvitro bit ću zajedno sa vama na mostu. Ali u njegovom rušenju neće da učestvujem. Tukaj. Zagrešno ste me razumeli. Tukaj. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Herr Littler, na was gibt es Neues, Niemeyer? Hier ist eine Nachricht, Standartenführer. Die Partisanen befinden sich in diesem Haus. Ausgezeichnet. Darf ich gehen? Ja, gehen Sie. Aber greifen Sie unter keinen Umständen vor 3.30 Uhr an. Jawohl, Standartenführer. Nicht vor 3.30 Uhr angreifen. Und gehen Sie nicht zu weit gegen das Haus vor. Wenn man Sie bemerkt, platzt die ganze Aktion. Und Niemeyer. Standartenführer? Ich brauche Sie lebend. Sie sind mir dafür verantwortlich. Besonders den einen. Verstanden? Jawohl, Standartenführer. 562, 562. 613, 613. Hier ist Ortak. Hier ist Ortak. Hier ist Ortak. Der hat er kamen. 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 Die war, ganz wir fahren. Der hat er kamen. Der hat er kamen. Der hat er kamen. Der hat er kamen. stupidertale. ... ... Wir gehen in den Anfahrten um 8 Uhr. Was ist mit den anderen Gruppen? Sie sind nicht mehr notwendig. Wenn sie sich mit ihren Punkten verabschiedet werden, dann sie sie. Jetzt ist alles in den Tegern. Ich stehe noch bleiben. Die Gruppe Alt. Die Expoziv werden wir hier verabschieden. In der Sv. Ville. Wie müssen wir da? Wir gehen in eine halbe Stunde. Okay, wir gehen in eine halbe Stunde. Willen wir über die Rieke gehen? Nein, wir sind besser. Wir gehen in eine halbe Stunde. P합니다. Was ist das hier? Wir gehen in den Tegern. Wir gehen in eine halbe Stunde. Wir gehen in den Tegern. Was? 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 Das ist nur so. Die Gruppe nach da. Der Sturmführer, die Nachricht ist gefunden. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Befehl vom Standartenführer, 7.15 Uhr, Waffenappell. Wieso Waffenappell? Ausgerechnet jetzt? Waffenappell. Ich habe Anweisungen, Herrn General über die Brücke zu beleiten. Danke, Herr Oberst. Aber glauben Sie, wir würden uns allein verlaufen? Ja? Ja? Ja. Ja? Ja. Ja? Ja, Herr Miko. Pusel. Ja. Ja, Herr... Wieso? Ich habe noch was die. Schnellen Sie bleiben? Schau in den Bunkern, schau in den Straß. Musik 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 Ah! 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 Iz drži još malo, izniću te. Mirki, ich bin mein Mann. Ich weiß es. Es ist nicht so. Es ist nicht so. Es ist nicht so. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's. 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 Das war's.